hallo hier ist wohl wieder die cameo maus der andreas und ich zeige euch jetzt kurz in meinem tutorial wie man mit inkscape super einfach bäume herstellen kann okay wir starten ich gehe einfach nur hier oben auf erweiterungen rendern und zufälliger baum ich habe jetzt schon mal ein paar werte eingestellt die ein interessantes ergebnis geben auf vorschau gehen und dann könnt ihr den baum so sehen wie ihr das gerne hättet ihr könnt ihr die werte verändern ist der baum ungefähr so aussieht wie es euch gefällt wenn euch gefällt bei mir ist es jetzt so sagt er verstopp also apply ihr seite man einverstanden schließt das ganze und euer baum ist fertig das könnte dennoch wieder platzieren und zum schluss speichere ich ihn als besitzer der designer edition speichere ich ihn als svg für alle anderen würde ich vorschlagen nehmt ihr hier unten könnt ihr das format auswählen dxf alles klar ich will aber svg ich speichere jetzt einfach mal da ich ihn schon vorher gespeichert hatte sag ich ersetzen und kann mich jetzt eigentlich aus inkscape verabschieden ich habe am ort vorbereitet die studio edition ist schon auf die designer edition ich öffne jetzt das verzeichnis wie immer nix da alle files und gehe auf baum svg hallo da ist der baum ich markiere ihn wie immer gehe ich hin und gruppiere solche sachen ist auch von feinheit von mir sage jetzt standard schneiden und fertig ist die laube wie man hier bei uns so sagt im ruhrgebiet so ich hoffe das hilft euch ein bisschen kreativ weiter falls es euch gefallen hat kleiner daumen hoch bei youtube oder noch ein kommentar dazu wäre das optimale ok bis zum nächsten mal eure cameo maus der andreas